China, extrem hohes Wachstum seit vielen Jahren und das Wachstum trifft auch immer punktgenau die Wachstumsprognose der chinesischen Regierung oder fast punktgenau. Das weckt Skepsis natürlich, da sagen manche, das ist nicht ganz koscher. Die Wachstumsstatistik, die ist doch manipuliert in China und darüber machen wir uns heute Gedanken und schauen uns an, wie schlüssig sind diese tollen Wirtschaftsdaten aus China immer und damit herzlich willkommen bei Zukunftsmärkte. Wir beschäftigen uns hier ja viel mit China, mit der chinesischen Wirtschaft, mit chinesischen Aktien und da kann man sich die Frage durchaus ja mal grundsätzlich stellen, dieses immense Wachstum in China, stimmt das denn alles überhaupt und ich werde das auch immer wieder gefragt, weil wenn das alles nicht stimmt, wenn das alles falsch sein sollte, dann können wir uns das hier ja auch gleich schenken, dann brauchen wir uns nicht mehr beschäftigen mit chinesischen Aktien, weder hier in den Beiträgen noch in unserem Zukunftsmärkte-Report, den wir ja auch regelmäßig machen. Apropos Report, da möchte ich Sie auch noch daran erinnern, morgen wie gesagt nächste Ausgabe vom Zukunftsmärkte-Report mit einer Goldminenaktie, mit einer Empfehlung aus dem Goldsektor, also heute am besten jetzt noch anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Die Reports sind kostenlos, erscheinen regelmäßig und diesmal, diese Woche, wie gesagt, Porträt von einem großen Goldminenwert, den wir für unterbewertet halten. www.zukunfts-märkte.de. Anmelden ist kostenlos. Aber zu China zurück, also das chinesische Wachstum, das wird eben manchmal angezweifelt und nicht nur von Anlegern hier bei uns. Es gibt da auch eine schöne Geschichte dazu. Li Keqiang, der chinesische Ministerpräsident, der soll 2007 mal gesagt haben, da war er noch nicht Ministerpräsident, da war er noch Chef in einer chinesischen Provinz, da hat er angeblich gesagt, naja, das Wachstum, die Wachstumsstatistik, das ist für ihn auch bloß so eine Art Orientierung. Er hält sich da an andere Sachen, ans Eisenbahnfrachtvolumen, zum Beispiel an die Bankenkreditvergabe, an den Stromverbrauch in China, daran liest er dann ab, wie läuft es in der chinesischen Wirtschaft momentan. Würde sozusagen dann auch heißen, an die offiziellen Wachstumszahlen, da glaubt noch nicht mal der chinesische Ministerpräsident, also noch nicht mal der. Ist eine schöne Anekdote, wird immer wieder gern zitiert und der Economist, das ist ein Wirtschaftsmagazin aus England, der hat sich dann auch gleich den Li Keqiang-Index gebastelt, mit genau den drei Komponenten, die der jetzige Ministerpräsident da aufgezählt hat. Der schaut so aus momentan, ist eine Grafik von Bloomberg, da haben wir momentan robustes Wachstum in diesem Index, anders als 2015, da war der chinesische Aktienmarkt ja auch schon mal relativ schwach, so schwach wie jetzt in etwa. Aber normalerweise, der Li Keqiang-Index ist eher nicht so stark, wie das offiziell ausgewiesene Wachstum. Was viele misstrauisch macht, kann man sich aber auch erklären. Frachtgut, Stromverbrauch, das hängt alles zusammen mit energieintensiven Produktion und sowas, das sind in China eher nicht mehr so, die Wachstumstreiber. Und die Bankenkreditvergabe, das ist auch was, wo Peking vorsichtiger geworden ist, die letzten Jahre vor allem. Also vor allem, was die Kreditvergabe betrifft an Provinzregierungen und an Staatsunternehmen. Die war früher übertrieben hoch und da ist ja auch dadurch die Verschuldung relativ stark gestiegen und das damit einhergehende volkswirtschaftliche Risiko. Und das will man jetzt so nicht mehr haben, zumindest nicht in dem Umfang. Insofern liegt der Li Keqiang-Index vielleicht auch nicht mehr das Maß aller Dinge für das Wachstum in China. Das kommt in China jetzt auch immer mehr aus dem Service-Sektor, weniger aus der Schwerindustrie und solchen Branchen. Was aber schon wichtig ist, diese anderen Indikatoren, diese anderen Messziffern, aus denen sich der Index zusammensetzt, die liegen eben auch vor. Die werden auch veröffentlicht. Das glauben ja viele immer, dass die chinesische Wirtschaft so intransparent sei, eher eine Blackbox, über die man nichts weiß. Das stimmt aber so nicht. Es werden viele Daten erfasst, es werden viele Daten veröffentlicht. Mittlerweile auch Daten, die vielleicht nicht so toll sind. Das weiß man bei uns noch nicht immer. Aber trotzdem, es hat da auch immer wieder Irritationen gegeben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wer sich mal beschäftigt hat mit Wirtschaftsstatistik an sich, der weiß schon, das ist sowieso alles nicht ganz so einfach. Und China hat da noch ein zusätzliches Problem, weil China ist ein Spätzünder in wirtschaftlicher Hinsicht. Die ganzen Wirtschaftsreformen, denkt Xiaoping, 80er Jahre, seitdem gibt es ja erst den Wirtschaftsboom, seitdem hat der Kapitalismus da ja eigentlich auch erst begonnen. Und die Statistik, das nationale Statistikamt, das hat immer versucht, hinter diesem Boom irgendwie hinterher zu kommen. Aber das war nicht immer leicht. Und man hat da auch immer wieder die Methodik verändern müssen, die Erfassungen und die Sektoren, die man da erfasst. Das hat man auch öfter mal umwerfen müssen, zumindest am Anfang. Und dann kommt ja noch dazu, die Daten werden ja erst mal erhoben in den Provinzen, von den Provinzen aus. Und da hat man dann so übliche Probleme. Produktion ist zum Beispiel in der einen Provinz, der Firmenhauptsitz ist in der anderen Provinz und so weiter. Das muss man alles hinbekommen. Das muss man austarieren. Das ist jetzt sogar noch relativ normal, aber was schon auch ein Problem war, China war ja lange oder ist vielleicht auch noch teilweise in weiten Teilen eine Kommandowirtschaft. Heißt, es gab da immer Wachstumsziele für die Provinzen. Und die Provinzen, die wollten ja auch immer ein hohes Wachstum ausweisen. Die wollten da gut dastehen in Peking und heute wissen wir, da sind auch in einigen Provinzen Zahlen frisiert worden. 2016 zum Beispiel, innere Mongolei, Liaoning, ist also aber auch nicht lange her. Das war 2016 und das ist jetzt nicht die gängige Praxis in China. Das wird hart bestraft, wenn sowas passiert, aber es ist eben passiert. Und das untergräbt natürlich Vertrauen in die offiziellen Daten, wenn man weiß, dass sowas vorkommen kann. Und abgesehen davon, die Provinzregierungen, die haben natürlich auch jahrelang, damit sie hohes Wachstum ausweisen, teilweise auch unsinnige Projekte hochgezogen. Also noch ein Stahlwerk, noch ein großes Baugebiet, noch eine U-Bahn, vieles davon auf Pump auch, damit man da immer zeigen kann, bei uns läuft es, wir haben Wachstum. Und das war natürlich auch erstmal Wachstum. Das war nicht gelogen, aber volkswirtschaftlich eben doch schädlich. Und das war auch durchaus jahrelang die Praxis, ist seit Xi Jinping nicht mehr so die letzten Jahre. Da hat sich viel geändert wegen der Verschuldung. Auch schaut man jetzt den Provinzen viel stärker auf die Finger als früher, was sich aber jetzt auch durchaus im chinesischen Wachstum auf der anderen Seite bemerkbar macht. War nicht unbedingt ein Fehler der Statistik, wenn dann eher ein Systemfehler irgendwo. Aber es wirkt sich aus, alles auf die Statistik und auf die Wahrnehmung, die man hat vom chinesischen Wachstum natürlich. Anderes Beispiel, Exportstatistik. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Da hatte man zeitweise ganz hohe Wachstumsraten im Export, vor allem Export von China nach Hongkong. Plus 70 Prozent und solche Sachen. Bis man gemerkt hat auch, das sind gar keine echten Exporte, was da so gemeldet wird. Da gibt es Exportsubventionsbetrug zum Beispiel. Oder es gab Scheingeschäfte, weil als der chinesische Finanzmarkt noch nicht so offen war, als die Zinsen in China sehr hoch waren, als es woanders auf der Welt fast gar keine Zinsen gab, da hat man das vielfach so gemacht. Man hat Scheinrechnungen ausgestellt an ausländische Firmen. Dadurch konnten die ausländischen Firmen ihr Geld reinbringen nach China. Das konnte dort investiert werden, hochverzinslich am chinesischen Kapitalmarkt. Und natürlich hat das, als das dann so betrieben wurde, im hohen Umfang auch die Statistik verzerrt in erheblichem Maße. Das hat man erkannt irgendwann mal. Und von einem Monat auf den anderen war das Wachstum dann auch nicht mehr bei 70 Prozent, sondern nur noch bei 7 Prozent. Und das war schon ein Schock für die Marktteilnehmer. Das war jetzt auch nicht direkt ein Fehler von den Statistikbehörden, vom Statistikamt, sondern da ging es ja wirklich auch um illegale Aktivitäten, die da alles verzerrt haben. Aber solche Probleme kamen eben in China auch immer wieder vor. Wie ist es heute? Wo stehen wir da? Ich weiß es natürlich auch nicht im Detail, wie perfekt die Daten sind, vor allem auch im internationalen Vergleich, weil es ist nie ganz einfach die Wachstumserfassung. Ich habe aber schon den Eindruck, dass man da hart arbeitet bei den Statistikbehörden, dass man da doch sehr, sehr gewissenhaft ist mittlerweile. Und wie gesagt, es werden viele Daten veröffentlicht. Es ist viel verfügbar, auch Daten, die vielleicht manchmal nicht so angenehm sind für die chinesische Führung. Außerdem, es gibt Organisationen, andere Organisationen, die auch Wirtschaftsdaten erheben in China. Es ist nicht nur der Staat. Zum Beispiel Einkaufsmanagerindex. Es gibt den offiziellen Einkaufsmanagerindex und es gibt den Kai-Shin-Einkaufsmanagerindex. Das war früher der HSBC-Einkaufsmanagerindex. Der wird erhoben von Market, das ist eine Firma in London, unabhängig natürlich von der chinesischen Regierung. Und wenn wir die beiden Indizes mal gegenüberstellen, 2011 bis 2008, rot hier der offizielle Index, Grau- oder Kai-Shin-Index, die weichen schon mal voneinander ab ein bisschen. Die Stichproben sind ja auch anders. Also es werden andere Unternehmen befragt. Aber die Tendenz und die Bandbreite, das ist schon immer eine sehr geringe Bandbreite. Und da würde ich sagen, da gibt es schon viel Übereinstimmung. Es ist also nicht so, dass es da eine offizielle Statistik gibt beim Einkaufsmanagerindex und eine andere von einem unabhängigen Unternehmen und dass die völlig verschiedene Sachen aussagen würden. Das ist eigentlich nicht so. Und das haben wir auch bei vielen anderen Daten und bei vielen anderen Sachverhalten. Warenströme, zum Beispiel Importe, Exporte, Rohstoffeinfuhren, Ausfuhren, da werden ja auch Daten erhoben auf der einen Seite von China selbst und auf der anderen Seite von den anderen Ländern oder anderen Organisationen. Und da haben wir auch nicht die Riesenunterschiede, dass wir da sagen müssen, das was an Daten aus China kommt, was da erfasst wird, das sei völlig abwegig oder das wäre falsch. Das ist nicht so. Und es gibt noch ein Argument, dass die chinesische Wirtschaftsstatistik nicht so falsch war bis jetzt. Das ist ganz einfach der Augenschein. Das ist ganz einfach das, was wir auch konkret sehen können. Wer China verfolgt über einen längeren Zeitraum, wer da vielleicht auch die Möglichkeit gehabt hat, dass er sich das immer wieder vor Ort angeschaut hat, die Veränderungen da, wie die Chinesen leben heute, was sie da haben, die Städte, die Infrastruktur, Kaufkraft auch, der chinesische Markt wie der heute ist, die Nachfrage vom chinesischen Markt, Autos, Rohstoffe, was da in welchem Umfang nachgefragt wird und so weiter. Da ist eigentlich schon klar, das Land hat diesen Boom gehabt, diesen Boom, der da auch immer wieder festgestellt wurde und erhoben worden ist von den chinesischen Behörden. Den hat es irgendwo einfach auch gegeben. Und wir sehen in vielen Bereichen auch heute noch, dass da vieles immer noch stark überdurchschnittlich wächst. Dieses Wachstum, das muss kein Selbstläufer sein natürlich, das ist nicht gottgegeben. Wir wissen auch, die Regierung hat da immer wieder ordentlich nachgeholfen und wir wissen, das hatte auch seinen Preis. Wir sehen das in der Kreditvergabe zum Beispiel in China, in der gesamtwirtschaftlichen Verschuldung. Und diese Probleme, die sehen wir aber auch nicht zuletzt dank der chinesischen Wirtschaftsstatistik und dank der breiten Datenbasis, die wir da inzwischen eben auch wirklich haben. Und wie sieht das Wachstum jetzt aus? Es nimmt ab, das haben Sie wahrscheinlich ja auch schon gehört. Es geht zurück. Wir hatten ein sehr hohes Wachstum nochmal direkt nach der Finanzkrise, über 10%. Da hat Peking auch entsprechend nachgeholfen und stimuliert. Das Wachstum ist aber jetzt seitdem rückläufig. Und das merkt man, Wachstum 2017 nur noch, nur noch in Anführungszeichen bei 6,8%. Und jetzt im dritten Quartal zum Beispiel 2018 auch nur noch 6,5%. Niedrigstes Wachstum seit der Finanzkrise, liest man jetzt immer wieder. Ist aber nicht so das Drama, finde ich. An sich zumindest. Die Wirtschaft ist ja jetzt schon auch sehr groß. Sie ist viel größer als vor 10 Jahren. Da kann man nicht einfach erwarten, dass sie jetzt immer noch zweistellig wächst jedes Jahr. Der Rückgang an sich, der ist meiner Meinung nach relativ normal und war auch immer so zu erwarten, ist meine Meinung. Aber was Sie vielleicht auch wissen, China hat schon durchaus Probleme. Das ist auch nicht nur der Handelskonflikt mit den USA zur Zeit. Es sind auch strukturelle Probleme. Vor allem, wie wächst man in Zukunft mit weniger Neuverschuldung, ohne dass man da noch mehr systemrelevante, systemische Risiken aufbaut. Das ist der große Spagat. Den muss Peking schaffen in den nächsten Jahren und das wird nicht leicht. Und es zeichnet sich momentan schon auch wirklich ein Wachstumsrückgang ab und es kann schon sein, dass wir da auch böse Überraschungen erleben. Noch vom Wachstum nächstes Jahr oder in den nächsten Jahren. Und das ist momentan am Markt auch ganz allgemein die Befürchtung, ganz konkret. Auf der anderen Seite, wir haben hier auch die chinesischen Aktien an der Börse Hongkong. Hang Seng China Enterprises Index und der ist jetzt auch schon wieder stark zurückgegangen dieses Jahr. Und das Durchschnitts-KGV in diesem Index bei chinesischen Aktien, das ist jetzt schon wieder bei unter 7. Man hat also auf der anderen Seite auch den Eindruck, da ist jetzt schon einiges vorweggenommen worden an schlechten Entwicklungen, die da so befürchtet werden. Da ist schon einiges eingepreist wahrscheinlich. Oder hier Shanghai A-Shares Index innerchinesisch, wo eben vor allem die chinesischen Anleger investieren. Der ist noch ein bisschen teurer, aber auf einem 3-Jahres-Tief dafür sogar auch schon. Also auch bei den chinesischen Investoren selbst ist die Stimmung schon ziemlich schlecht mittlerweile und die Bewertungen auch entsprechend niedrig. Womit man dann durchaus Potenzial wieder hätte, wenn es in Zukunft doch nicht so schlecht läuft, wie man das gerade glaubt. Und die Frage ist ja auch, lässt Peking einen starken Wirtschaftswachstumsrückgang, so wie der gerade befürchtet wird, einen regelrechten Einbruch, lässt das die Regierung überhaupt zu? Bis jetzt war es nämlich immer so, dass da Peking dann doch immer wieder gegengesteuert hat und Peking hat da natürlich auch seine Möglichkeiten. Also wir sind in einer relativ spannenden Situation in China. Es gibt sicherlich Anleger, die da sagen, das ist mir alles noch zu unsicher, zu viele Unwägbarkeiten. Das fasse ich momentan nicht an. Man kann es aber auch von den Bewertungen her sehen, natürlich von den niedrigen. Und wenn man dann vielleicht auch China an sich halbwegs positiv sieht, dann kann man sich durchaus auch sagen, dass es eine Lage, die interessant ist, die vielleicht auch eine Chance bietet auf mittlere Sicht. Man kann es auch zum Beispiel so entspannt sehen, wie mein Kollege Lars Eriksen, auch hier auf YouTube, der sagt genau das. Der sagt, ich kenne die Probleme in China und mit China, aber trotzdem, ich sehe China als Langfristinvestment. Und ich sage jetzt, das ist zum momentanen Zeitpunkt eine Langfristchance. Chinesische Aktien bieten jetzt also Möglichkeiten und das sagt er hier in einem YouTube-Beitrag und den lege ich Ihnen hier natürlich auch sehr gerne ans Herz. China bleibt also ein Thema. Nächstes Jahr vielleicht sogar eins der großen Anlegerthemen, die wir in nächster Zeit haben. Wir haben am Markt momentan viel Unsicherheit, was China betrifft, vielleicht sogar schon ein Klima der Angst, aber das muss nicht so bleiben. Vielleicht gibt es eben in ein paar Monaten mehr Gewissheit, wie sich es da weiterentwickelt und vielleicht sogar auch eine Wende von einem Niveau aus, das ja durchaus interessant wäre momentan. Situation ist nicht perfekt. Man sollte den Abschwung, die Probleme, die wir da haben, schon ernst nehmen, aber es ist eine Lage, die für Anleger auch Chancen bereit halten kann. Eins ist klar, wir bleiben dran an China und wenn Sie das auch intensiv verfolgen wollen in Zukunft, dann anmelden hier beim Zukunfts-Märkte-Kanal und am besten auch gleich die Glocke drücken bei der Anmeldung. Das ist dann für die neuen Beiträge. Wir sehen uns wieder, wenn Sie wollen, nächste Woche. Schauen Sie sich vielleicht auch ein paar andere Videos an von uns zu China. Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Investieren und viel Erfolg immer und natürlich wie immer auch herzlichen Dank fürs Zuschauen.